So, und dann sind wir wieder zurück zu Spyro. Sind jetzt ein paar Tage bei mir vergangen. Wir hatten die Welt gerade so abgeschlossen. Aber bevor wir dann ins nächste Gebiet gehen, würde ich sagen, gucken wir uns hier nochmal in der Hauptwelt um. Und sammeln noch die restlichen Schätzle. Schätzleins. War im Wasser eigentlich noch was? Ne, wir hatten alles. Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, wo noch was... Sparks, sag mir, wo noch was sein könnte. Da. Da, im Wasser. Ach, ich mag die Musik. Immer so schön. Äh, wie viele brauchen wir noch? RIP 21. RIP 20. Na ja. Dafür brauchen wir, glaube ich, das Power Up. Dann mal schnell dahinter gerannt und dann könnten es schon fast alle gewesen sein. Und dann geht's in die nächste Welt. Ja, voilà. Gut. Aber noch nicht 100%. Uns fehlt noch ein Ei irgendwo. Okay, dann gucke ich noch kurz nach dem Ei. Sparks sagt mir ja leider nicht, wo die Eier sind. Schön wär's, aber... Ach so, kann natürlich sein, dass wir dafür dann diese Sparks-Fähigkeit brauchen. Ja, gut, dann gehen wir erst mal weiter. Hoff zur nächsten Welt. Bad Sonnenaufgang. Oder Abendsee. Ein kleiner Schritt für einen Drachen. Errungenschaft freigeschaltet. Und wir haben 3.286 Schätze. Und ein Ostkampf kommt jetzt vielleicht. Oder auch nicht. Nee. Ach. Hm. Ja gut, hier mussten wir auch nicht hin. Dann Gartenstadt. Reisen nach Gartenstadt-Welt. Dann war da auch richtig. Nee. Wo muss ich denn hin? Abendsee. Abendsee. Ja, das ist Spikes Arena. Ja, das klingt doch schon besser. Du dummes, unfähiges, nutzloses Ding. Ich gebe dir eine einfache Aufgabe und du versagst. Das Kindereinfache. Auf Kinder kann man sich einfach nicht verlassen. Aber vergiss die ganze Sache. Ich kümmere mich darum. So viel Ärger wegen dieser Eier. Ohne Drachen schwindet die Magie in dieser Welt dahin. Ohne Magie sterbe ich. Und damit stirbt auch deine Chance, eine Zauberin zu werden. Sieh zu, wie eine echte Zauberin ihre Gegner besiegt. Befreit mich aus diesem Käfig, ihr fiesen Schurken. Willst du Drache zum Mittagessen? Ja, ja. Wenn ich meine Keule hätte, wärt ihr alle dran. Alles klärchen. Arena-Kampf. Mal wieder. Meine taktischen Instinkte sagten mir, dass die Zauberin dich hier angreifen würde, also bin ich hergeflogen. Meine Raketenwerfer scheinen ihr nichts anzuhaben, aber ich kann für dich Munition abführen. Jetzt kämpfe für die gerechte Sache. Mach ich. War das die Munition, oder? Oh, der hat jetzt aber ganz schnell zugeschossen. Schmeiß das mal irgendwo hin, wo ich auch anfahre. Ach, das ist die Munition? Alles klar. Okay, man muss sich erstmal ein bisschen... Jetzt, 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 jetzt. Nein, daneben. Jetzt. Auch daneben. Mist. Muss ich den überhaupt so treffen? Ich hab gar keine Ahnung. Mann, das Zielen ist doof. Mein Huhn. Ja, muss ich, gut. Schon mal ein bisschen schlauer. Oh. Wie heißt der denn? Ich hätte gar keinen Namen. Achso, doch, Spike. Spike? Oh. Oh. Oh, geht nur ein. Schade. Schade. Also geht wirklich mal. Bisher ist der Kampf ein bisschen leichter. Der von vorher mit Bass. Meiner, 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 Meiner. Nein. Kaputt. Feindrache zum Essen. Errungenschaft freigeschaltet. Monique. Mit einer Cap. Ah, alles Zerrchen. 100% Levels abgeschlossen. Ich wollte eigentlich noch die Hühner einsammeln, aber egal. Reisen nach Abendseewelt. Endlich. Bitte warten. Please do it. Nein. Da sind wir. Na zu, Drache. Spyro, das ist ernst. Die Zauberin will dich in die Falle locken. Und wenn es ihr gelingt, glaub mir, du willst nicht wissen, was sie tun wird. Ich verspreche, mich gut um den Rest der Eier zu kümmern. Ernsthaft, nimm Jäger und geh nach Hause, bevor, bevor. Ich kann es gar nicht aussprechen. Geh einfach. Vergiss es. Aber sie ist ein bisschen netter geworden, ne? Okay. Reisen wir danach vielleicht nicht mit dem Ding, sondern mit dem Ding. Wenn wir fertig sind. Froggies. Oh, ne Welt unter Wasser. Sind hier alle Welten unter Wasser? Dann gehe ich noch mal kurz nach oben. Dann muss ich hier oben wahrscheinlich nichts weiter machen außer Sammeln. Da ist ein Schild. Da geht's hoch. In Tourism. Was haben wir hier noch? Ein Ei. Hanna. Wuuuuh. Cool. Da, 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 da. Da, 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 da. So, was bringt uns der Schild? Alles klar. Mach ich. Okay. Isay. Steward. Steward will. Oh. Egal. Dann würde ich sagen, gehen wir in die erste Welt. Nachdem wir hier das eingesammelt haben und das eingesammelt haben und das eingesammelt haben und hier und hier. Dann gehen wir aber nicht in diese Welt, sondern alles unter Wasser. Was war das? Frost... Affäre? Willkommen bei den Frostaltären, Spyro. Im Auftrag der Eisfäen möchte ich dir für die Zeit deines Aufenthalts in unserer Welt eine Spezialkraft geben. Okay. Alles klar, jetzt habe ich eine Frostflamme oder sowas. Eine blaue Fahne. Oh. Aha. Bringt mir das was? Das wäre wahrscheinlich dann, um so hoch zu kommen, oder? Achso. Cool. Schade. Weiter geht's nicht. Aktion. Da muss ich auch irgendwie hochkommen. Da oben sind auch noch Shed Slides. Was sind wir nicht hier? Nix. Okay. Weiter. Au. 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 Habe ich ihn aus Versehen kaputt gemacht. Weil ich gesprintet bin. Na los komm, ich geh mal. Ich hab' Schneemänner um die Wette gebaut, als die Zauberin sie mit einem Spruch zum Leben erweckte. Ja, ich seh's. Seitdem stampfen sie herumbauen Eiswände und machen jede Menge Ärger. Ich hab' die Nase falsch platziert. Haha. Äh. Okay. Mehr ist ja da nicht. Das ist natürlich interessant, dass ich die brauche, um irgendwo hochzukommen. Das heißt, wenn ich sie töte, dann hab' ich eigentlich gar keine Möglichkeit mehr da hochzukommen, oder? Da, 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 da. Oh. Nein. 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 Ich will da hin. Also sollte ich mich erstmal nicht darauf konzentrieren, sie zu besiegen. Aber die geben auch wieder Schätze. Das ist wieder doof. Ah, da muss ich, ah, ja, ja, verstehe. Okay. Erstmal das Ei. Cecile. Ich hab' dich befreit. Auf Zeilen. So, dann nochmal da hoch. Ich hab' grad überlegt, welchen Knopf ich drücken muss. Nicht, dass ich den aus Versehen töte. So, und dann können wir da hin. Und von hier aus können wir da hin. Ja, mehr können wir hier nicht machen. Das ist halt jetzt. Oh. Oh, sorry. Hätte ich den töten sollen? Ich weiß es nicht. Brauche ich die doch nicht, um irgendwo hochzukommen? Oh. 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 So, dann können wir jetzt hier rüber wieder. Jetzt können wir den auch besiegen. und hier weitergehen. Daneben. Das ist eigentlich auch weg. Wäre nicht weg. Es wäre einfacher an den Schatz da oben ranzukommen, wenn du etwas zum draufstellen hättest. Danke für den Tipp. Ich weiß auch schon was. Oh. So. Wäut ich für irgendwas? Nö. Weg mit dir. Brauche ich dich für irgendwas? Nee, nee, nee. Aua. Das tut wirst du mich nicht. Den brauche ich auch für nichts. Den müssen wir noch befreien. Ja, dann sollte ich vielleicht nach der Welt mal wirklich gucken, wo der ist. Der wird ja wahrscheinlich hier in der Welt irgendwo sein. Dem, 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 dem. Schick dich, schick dich, schick dich. Nee, mehr gibt es scheinbar nicht. Zu erledigen. Da unten war sonst nichts mehr. Dann können wir... Errungenschaft freigeschaltet. Ein Dutzend eisgekühlt. Die sind ja schwach gegen alles. Ob ich so... Handsprinte oder... Eiskühle. Ähm... Da lang? Für mehr nicht. Okay. Geht'sack. Lange nicht hier sehen. Schon ein paar Tage her. Sag mal, Spyro, du bist doch ein Sportfan, oder? Wie du sicher weißt, sind die Frostaltäre der Geburtsort der Sportart Katzenhockey. Das heutige Spiel ist ausverkauft. Wusste ich. Aber ich habe zufällig ein Ticket, das ich mit einer klipzig kleinen Preiserhöhung verkaufen würde. Aha. 800. Ja, komm. Hier rein, Spyro. Das sollte ein spannendes Spiel werden. Ehrlich gesagt... Haha, ich habe sogar auf das Rhinox-Team gewettet. Ich hoffe nur, dass das Heim-Team keine Unfälle in letzter Minute hat. Ja, dann wirst du wohl wieder ein bisschen Geld verlieren. Danke für deine Hilfe, Spyro. Nimm ruhig das hier. Die Rhinoxer wollten es mit dem Laser frittieren. Aber du hast sie gestoppt. Jana. Hatta. Hatta. Ah, okay. Ein Rundgang. Bevor ich da reingehe, will ich jetzt erstmal hier außen rumlaufen. Brem, 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 Brem. Und mal schauen, was es hier noch so gibt. 600 von 600. Gut. Ich brauche mich nicht mehr umschauen. Habe ich gut gesammelt. Fein gemacht. Fein gemacht. Dann zeig uns mal das Spiel. Ich habe ein Rhinox zu einem Katzen-Hockey-Spiel herausgefordert. Aber ich habe mir wohl beim Trainieren meine Flosse verstaucht. Kannst du für mich spielen? Aber natürlich. Ja. Frier die Katzen ein und schubse sie in mein Tor, um zu pumpen. Okay. Welche Katzen? Die. Bleiben wir so eingefroren? Oh no. So. Was? Nein, ich muss in mein Tor, oder was? Oh Mist. Da gebe ich denen einfach Punkte, ey. Ey. Achso. Muss so sein. Oh, nein. Keine Richtung. Keine Richtung. Was viele, viele Punkte geht es denn? Bis 5. Okay. Dieser Rhinox prahlt seit seinem Sieg nur noch herum. Aber das war sicher nur Zufall. Fordere eine Revanche. Du solltest eine Revanche. Super. Frier die Katzen ein und schub. Verstehe. Vorher habe ich ihnen ja Punkte gegeben. Jetzt schon wieder. Ich gehe in die falsche Richtung. Ich muss sie von der anderen Seite erwischen. Ja, nicht so. So ist gut. Genau, schieb so rein. So, jetzt aber. Perfekt. Gut gemacht. Du verdienst es, den Pokal zu behalten. Danke. Ba-a. Ba-a. Du hast diesen Rhinox so abgezogen, dass er seine Sportkarriere an den Nagel hängt. Gut. Also hier gibt es kein Ei mehr. Aber wir brauchen noch drei Eier. Drei Eier. Wo kriege ich denn drei Eier her? Drei Eier. Ähm. Also zwei kann ich mir vorstellen gibt es bei dem Typen. Bei dem Jedi, wenn ich ihn habe. Aber das heißt, wir müssen noch eins irgendwie so finden, oder? Ansonsten ist es irgendwie unlogisch. Also da wird es bestimmt zwei geben. Da ist noch ein Ei. Da ist das Ei. Was ich suche. Nur die Frage, wie wir da hinkommen. Hier komme ich ja nicht rauf. Machen wir mal so. Und dann so. Und dann... Jetzt sind wir schon da. Jasper. So, und damit gebe ich mich erst mal zufrieden. Ab nach... Was... Klatscht... Was... Was klatscht denn hier so? Ab nach Hause. Rückkehr nach Abendsee. Rückkehr nach Abendsee. Ich suche jetzt erst mal diesen Jedi. So, 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 so. Verlorene Plotter. Ich suche jetzt erst mal diesen Jedi. Aber das ist ja eigentlich mit Geldsack verbunden, oder? Und Geldsack? Wird der taufen? Was ist denn nicht da rein? Jonah! Jonah! Ja, unter Wasser ist ja kein Problem. Das kann ja jeder unter Wasser. Versuche das jetzt schon alles im Allgemeinen so ein bisschen einzusammeln, damit ich später nicht so viel einsammeln muss. Ich glaube, ich muss nochmal an die Oberfläche. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Geldsack unter Wasser ist, oder? Der wird eher da oben oder irgendwo sein. Schade. Warte. So, Geldsack, bist du hier oben? Geldsack. Soll ich dann einen Popoklatscher machen auf die Rakete? Pat. Nein. Hätt' ja sein können. Ähm. Also, ganz schön viel Taubung hier, ne? Das ist aber auch nur ein Wal, oder? Nicht, dass ich jetzt hier die ganze Zeit einen auslasse. Glaube ja. So, da ist man bei uns. Ja, gut. Was ist da noch drin? Achso, hier. Ja, 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 ja. Da, da, da. Okay, dann gehen wir mal in die Höhle. Wir gehen jetzt einfach mal die Levelen hintereinander weg durch. Aber eigentlich hatte ich wirklich gedacht, hier ist irgendwo Geldsack. So wie in jeder Welt. Eigentlich.